Ja, halli ihr Lüchen zu meinem ersten Unbox in Team Fortress 2. Es geht los, ich zeig's euch mal. Ja, hier, genau. Jetzt hat er wieder irgendwas eingegeben. Fängt ja schon mal gut an. Jetzt macht die scheiß DD weg. So. Hier, also 25 Crates und 25 Schlüssel. Werde ich jetzt alles gleich unboxen. Sagt mal Hallo zu YouTube, Leute, oder schreibt's in den Chat, ist mir relativ. Hi. Einfach mal alle Hallo sagen, oder Hallo in den Chat schreiben, ist mir wurscht. Doch gleich so viele Motivierte. Okay, cool. Also. Dann geht's jetzt los. Ich hab auch noch ein paar Leute im TS. Können ja auch mal Hallo sagen, wenn sie wollen. So. Die erste Kiste wird ausgepackt. Vielleicht ein Unusual. Wuuu. Robo Spice ist destroyed. Okay. Oh Gott, nein. User in your channel, time down. Fängt das schon mal gut an? Ja, schöner Timedauz schon mal. Yep, I'm sure. Komm, Unusual. Unusual. Äh. Äh. Okay. Das Warpick sieht wenigstens gut aus. Ja, es sieht gut aus, aber es ist nicht Unusual. Ich finde nur noch das Unusual davor halt, ne? Ja. Ja. Ich glaube, das war's. Ja. Das Flaming. Nur noch. Das ist das... Nur noch wie im Spawn dort. Uncreating your loot. Strange Kukri. Yay. Nex wird ausgepackt. War doch schon mal rein, wenn ich gut sie haben. Okay. Hm. Oh, Guck. Leck mich doch im Arsch! Sorry. Oh ja, das braucht unbedingt. Äh, komm. Danke, Nex. Hm, ja, den könnte ich gut gefallen. Deine Demo hat mich jetzt nicht. Unusual. 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 Fick dich! Der Enforcer. Yay. Ey, zweimal jetzt schon. Ich glaube, Niklas hat den noch nicht. Ich kann's ihm ja schenken. Ja, ja. Komm. Oh, Gott. Was ist das? Komm. Das sind doch alle, die im Spawn stehen, ne? Strange Scheiße. Komm, jetzt gib mir wenigstens auch noch... Ah. Ich lacht, ihr lacht. Das war ein... Komm, äh. Ich anfange, Mann. Ah. 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 So, warte. Was ist da drin? Ich packe mal unten aus. Packe ich jetzt mal wieder von unten aus. Also, mal schauen. Uncreating your loot. Jetzt komm, mein Unusual. Fick dich doch mal ins Knie, ey. Oh, mein Uncrading your loot, Uncrading your loot, Uncrading your loot, Uncrading your loot. Das ist cool. Das mag ich. Das ist cool. Ja, das Sniper-Ruff ist auch nicht wahr. Ja, das ist ein guter Unbox, finde ich. Also, für mich... Komm. Ihr fick dich ins Knie! Ey, davon hab ich fünf Wände aneinander ausgepackt. Also, beschwer dich. Was schickt ihr mich? Warte mal. Warte mal. Ähm. Uncrading? Jetzt halt. So. Fick dich ins Knie? Was ist das? Ich möchte doch keine Doppel-Flicks machen. So, okay. Was haben wir denn hier sonst noch so? Ich schau mal ganz kurz. Äh. Eine, wo nicht so viel Crab drin ist. Ah, gut Job. Äh. Komm. Uncrading your loot. Bitte, was Gescheites. Ey, eine Feier-Feuerangst. Beide mal, am Ende mach ich hier Rage-Schnauzer, beidrehen. Ssss, doch. Jo-ich, du-ich so, du-ich so, du-ich so, du-ich so, du-ich so. Strange Charate. So, warte. Vier Schlüssel hab ich noch. Wie viele noch? Sind's nur noch drei. Jetzt sind's nur noch drei. Der letzte wird was. Der letzte wird was. Er ist schon über 500, äh, Kisten. Da fährt wieder das Unusual davor So Leute, das sind jetzt die letzten zwei Schlüssel Ich hab jetzt nur noch zwei Schlüssel übrig Komm, einer muss noch drin sein Komm schon Ich uncrate meine andere Kiste Weil in der, oder? Ne, in der ist noch Crap drin Ja, Mann Ja, beim Schuh Ach, das war die gleiche Kiste, shit Na, wurscht Das ist wenig gut So, komm, letzter Key Letzter Key Schnell und schmerzlos Schnell und schmerzlos Moment Gleich hast du Glück und findest, ich weiß, ob es blau oder schwarz ist eigentlich Es hat Marodeur Und los geht's Dattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattatt FUUUUUUUUUCK ouch FUUUUUUUCK ich hätte jetzt eigentlich gedacht, es kommt noch mal ein Painterrain raus äh der doch gesagt, du sollst dir davon eher was kommen, aber egal komm du hast uns die Freude bereitet, du hast ein schönes Video ...komm bedenke den einen Typen der über 500 ausgepackt hat FUUUUUUUUUUUCK also... Reaper Reaper Ah, was? Ah, ruhig. Ganz ruhig. Fang nicht wieder an Phantosen zu beleidigen. Okay, nee, nee, warte. Ich, ich, ich... Manco painting set. Uncrating your loot. Come unusual painting. Ah, schade. Ich würde jetzt gerne auch ne Queenstaff machen, aber ich weiß, es ist noch scheiße Sonne. Und was, noch einen Q oder was? Ja, einen hab ich noch. Ja, hab ich auch noch, aber... Komm, komm, wenigstens einer, der heute Glück hat. Komm, komm! Leck mich. Bataillons... Willst du es haben? Hab ich schonmal ausgepackt. Ich hab jetzt Strange Waffen... Ich hab jetzt viermal die verfickten Strange Fist of Spheel! Drei mal Scharatte in Strange! Drei mal das fucking Kukri! Drei mal das fucking Guillotine! Ey! Zwei mal den fucking Beckers Bazooka! Drei... Zwei mal den Neon Annulator! Okay, Strange Sniper Rifle ist gut, aber... Ah... Deine der einzigsten Sachen, die so gut waren, die du im Gang created hast. Ich hab die Schlüssel geschenkt bekommen! Lisa! Geld rauslassen! Oder S! Ah, fuck you, man! Ähm, wartet! Ich crafte nochmal die Hüte! Die Hüte, wo ich nicht möchte! Äh... Stau Chaco, da haben wir's! Jeepcap! Jeepcap! Ne Jeepcap für mich! Und die... Und die Hitlerhaare, wo sind die Hitlerhaare? Hitlerhaare, Hitlerhaare, Hitlerhaare! Hitlerhaare! Ne, ich hab einige Losen gibt da schon und schein! Oh! Wir haben anfangs ja keine andere... ...zweite... ...dafür... Auf! Jetzt noch weiter mal raus... ...schuette... 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 Reboot Headgear... Komm, lass wenigstens was gescheites rauskommen! Mann, ich brauch mal Ebene über! Danke! Ich brauch mal Ebene über! Kein Problem! Was willst du mich verarschen?! Das hab ich grad eben... Ah, Gott! Das hab mich grad eben verkraftet! Das hab mich grad eben verkraftet! Das ist doch... Fick dich, Malve! Fick dich! Was ist das?! Was ist das?! Nee, ich will den nicht behalten! Neee! Voll klassische Sachen... Weg damit! Oh! Okay... Okay, das... das tut's wieder... Das tut's wieder... Das tut's wieder... Nein, schieß nicht auf mich! So... Was ist Flo eigentlich? Ey, das ist das dritte, was ich verhafte! Meine Fresse... Kann der nicht so was zu viel Wert sein wie früher? Das ist doch so ein Scheiß, Mann! Fack dir oder so war das mal ein! Jetzt ist 1,66... Ey, Fick dich, Malve! Fick dich! Fick dich! Ja, Malve ist scheiße! Nein, ich komm nicht her! Ey, Malve besteht bloß aus Arschlöchern! Malve ist eine grundlose Erfindung von Arschlöchern! Oh, ja... Nein, die Traitserver! Das sind ja keine... Ja, stimmt! Traitserver, die braucht man! Was wäre das ohne Traitserver? Guck mal, die Tafel ist blutig! Fick dich, Tafel! AHHHHH! Wer sind... Beschwer dich bei den Foundservern! Pass auf, gleich fängt er wieder an Franzosen zu beleidigen! Ey, ich bin kurz davor... Ich bin kurz davor! Die Franzosen sind schuld! Ich wette, sie wurden über einen französischen Server geunboxed! Ja, genau! Ja! Kann sogar sein! Das ist... Das ist doch ein Witz! Habe ich zwei verfickte Masken! Ah, ja, der los ist einfach! Also, ich bin immer auch der Meinung, dass man immer... immer wie ein paar Kisten öffnen soll, aber nicht alles auf einmal! Was? Es ist eigentlich wirklich besser, wenn man alle auf einmal macht! Echt? Alter, man kommt nur so wie Schrott auf einmal! Ja, das hat man echt gesehen, verfickte Scheiße! Nur verfickte fucking Splash-Waffen! Ey, ihr kennt mich mal! Und ein Kopie-Desaster! Ich bin grad am Traden! Ja, und? Und ein Kopie-Desaster! Und ein fucking... Moment, was hab ich denn noch? Ein Face, wo ist noch Face? Hier, wie fragst du von mir? Was krieg ich denn da raus? Ey, mein Pulsnee, der ist wieder auf 180! Baseball-K 근데 besonders fest drauf, er istенно! Es ist nicht... Aaaa! Reaper lasst mich! Haa! Hehehehe! Hat Weepa gerade gebellt? Das ist doch nicht so. Weepa, die Franzosen sind schuld. Ich weiß. Ja, es war bestimmt... Wetten, es war einfach süßer Scherber. Ja. Von Valve. Möcht' ich auch wetten. Weil du gestern so ausgerastet bist. Haben wir die mitbekommen? Wir erlaufen dich jetzt über den Franzosenzauer. Komm. Hol dir die scheiß Maske. Ich hab da viele Masken geholt. Fick dich! Okay, er ist nicht bei uns, das ist gut. Warum hab ich 375 HP? Ich hab Rückenschmerzen. Du hast Rückenschmerzen. Ja. Deinen eigenen Rücken sollst du dir nicht brechen, ne? Besser nicht, ne? Wäre sehr ungesund. Ich hab zwei mal den fucking Mulong-Hesa. Okay, also... Ist aber wieder Zeit, Aufwand aufzunehmen. Ich wünsch euch einen schönen Tag noch. Ich hab... Ne... Mein... Mein Geduldsfaden... Mein Geduldsfaden ist gerissen. Welcher Geduldsfaden? Der ist schon gestern gerissen. Du hast doch gar keinen mehr. Ja, stimmt. Ich bin ein Jungfahrt, hast recht. Also meine... Mein Geduldsfaden ist schon längst du ein Jungfahrt, hast recht. Hehehe. Oh, Reeper, ey. Ich dank... Ich dank den zwar trotzdem, der mir den Kies geschenkt hat. Aber nee. 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 Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch nur verarsch. Aber er hat auch keine Kisten aufgemacht. Ich hab keine anderen Kisten gehabt. Ich hab die... Die neuen Kisten sind richtig kack eigentlich. Ja, da ist immer noch Scheiße dran, ne? Na gut, also... Auf Wiedersehen, Jooplo und ich überlasse meinen Gästen das letzte Wort. Ich könnte so katzen! Also doch... Egal was ihr macht. Traut niemals Walwe. Walwe ist böse. Ja, Walwe will nicht nur dein Geld. Macht keine Kisten auf. Außer ihr seid Free to Play. Ja, genau. Mit Free to Play, da kann man ja schön... Äh, an Jukis farmen. Ja. Ja. Zum solltet ihr mal bitte Scheiß sagen. Obwohl ihr könnt drüber weiter diskutieren. Ihr könnt drüber weiter diskutieren. Ich mach in der Zeit mal was in meinem Weg. Die Player haben irgendwie eine höhere Drop-Tonges auf Unusual. Ganz auf. Das ist... Die meisten High-Tier Unusuals wurden wirklich von... Äh... Free to Plays ausgepackt. Aber... Moment mal, wenn sie ein K... Sie ist auch immer aufzust immer wieder. Sie werden immer nur gescharkt und... Dann ist sie weg. Wenn sie ein Kier haben, sind sie doch eh automatisch Premium. Oder? Kommt. Nicht unbedingt. Auf ansehensig den Key bekommen. Ja, man nennt sie aber Free to Play, weil sie Idioten sind. Ey... Spaß euch, ne? Sie können ja den Key auch geschenkt bekommen. Dann... Immer noch Free to Play. Leute, ich hab keinen Neffen mehr. Ja. Ey, das... 25 fucking Keys. Für'n Arsch. Ich würd' jetzt gerne sagen, was man sich damit alles holen könnte, aber das weiß ich lieber. Ich weiß es selbst, was man sich damit alles holen könnte. Sicher? Ja. Non-usual. Wie er mal sie holen könne, dann hättest du immer noch 9 Keys. Okay, ich hörts auch aufzunehmen, weil sonst, glaub ich, beleidige ich nicht noch Franzosen. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Auf Wiedersehen! Also, bis zum nächsten Mal. Vö�... Naaam! Veuh. Und plötzlich ohne WasserflВliehen!